Was? Ich bin voll auf die Wolke gelandet. Oh, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sollte vielleicht die Robbe das mal reparieren lassen. Wäre auch mal ne Idee. Lauf, Pepe! Lauf! 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 Nein! Und da kommt wieder ne Robbe. Was voll Sinn ergibt. Weil Pepe nach Fisch stinkt. Er zieht Robben magisch an. Was? Wie hätte ich das wissen sollen, dass da auf einmal ne Robbe kommt? Ganz ehrlich. Die verlangen ja hier mal... Nein! Ich hasse Vögel. Ich hasse Vögel. Ich hasse Vögel. Ich hasse Vögel. Komm Vogel. Alter, wenn... Wenn ich einen Vogel sehe, ich brech dem die Flügel. Ganz ehrlich. Ich krieg hier irgendwie grad ne richtig Abnehmung mit Vögel. Und gegen Robben. Und gegen Robben. Vögel und Robben. Meine Erzfeinder sofort. Da! Äh! Äh! Alter, der Vogel nervt. Ja, ja, alter. Äh! Pepe! Pepe! Was soll ich ihm beim originalen Namen ansprechen? Popo? Oh ja. Pepe, du bist der Bringer. So. Mann, ich bin so froh, dass ich dich spielen kann. Deine Schwester wär ja auch nur hilfreicher. Bestimmt. Ah, verdammt nochmal. Oh! Das sind 50.000... Ne, 5600. Ich kann auch nicht rechnen. Mh! Wolke 7. So. Oh mein Gott. Das war ja fast schon perfekt. So. Wieder auf Wolke warten. So. Wieder auf Wolke warten. Ähm. Doof. Ich weiß gar nicht, ob die Eis-Zopfen mir so viel Schaden... Ach, das ist ja Schaden. Ich hab voll die Health Bar. Genau. Und es leckt grad irgendwie. Aber ist egal. Ich hoffe, man sieht das in der Aufnahme noch nicht. Mh. Das wär doof. Aber egal. Wie bitte? Nein! Der Vogel! Du bist im Weg! Ah, das ist cool. Gefällt mir. So. So gefällt's mir. La la la. Oh mein Gott. Pippe, willst du mir sagen, du bist da grad rüber gesprungen? Von alleine? Oh mein Gott. Das preist du doch von jeder Wand ab. Jetzt auf einmal macht er so Rad. Du machst mir Angst. Und da ist hier ne Robbe? Was? Das ist nicht... Nein. Das ist ja noch... Das ist ja nicht unschaffbar genug. Und... Robbe! Mh. 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 Vogel. Robben. Eiszapfen. Mh. Ich krieg ne Abnägung gegen alle Tiere. Oh mein Gott. Jau. Geht doch. Karotten. Mh. Lecker, lecker. Wie nur jetzt können ja auch total Karotten am Nordpol anpflanzen. Ist logisch, ne? Mh. 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 So. Ach, weißt du was Pepe? Hat keinen Sinn. Stirb. Stirb. Oah! Mh. 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 Gott, ich muss, glaube ich, meine enge Musik hören, damit ich mal ein bisschen runterkomme. Oh ja. Oh, das war cool. Hab ich auch noch nie geschafft. Oh ja. Zwei Wolken, okay. Wolkig. Bei den Eskimos ist es immer wolkig, genau. So. Macht Sinn. Und man kann auch auf diesen Wolken schweben, genau. Macht alles Sinn. Es gibt alles einen Sinn. Ja, früher sind die... großen, weisen Eskimos auf Wolken geritten. Na, na, na. Oh mein Gott. Oh, ich hab die... Oh mein Gott, ich hab die Stage geschafft. Ja, und wieder Kohlköpfe. Yo. Hm. Ich mag keine Kohlköpfe. Vielleicht schaffe ich es ja mal... Zwei? Ich glaub, noch zwei Runden sind dort. Zwei Runden nicht zu sterben. Und dann kommt was recht logisches. Und nein, ist mir egal. Pepe. Ich verzichte auf den Bonus. Du bist scheiße. So. So. Ich muss zweimal nicht sterben. Oder ich darf zweimal nicht sterben. Ich muss zweimal nicht sterben. Genau. Genau. Ich muss zweimal nicht sterben. Und die Robbe hat mich nicht ge... Getötet? Was? Ergibt das Sinn? Okay. Ich mein, es ergibt Sinn. Weil Robben töten nicht wirklich... Menschen. Vor allem keine Eskimos. Aber... Trotzdem. Ähm. Sonst tötet mich hier jede zweite Robbe, die hier vorbeikriecht. Und die hat mich mal verschont. Finde ich geil. Robbe weg. Oh ja. Ich hab mir total den geilen Spot ausgesucht. No. Ich muss hier hoch. Ja. Hier muss ich zwar hoch, aber hier muss ich... Na, Robbe. Ich hasse dich. Ja, so ein kleiner Inuit kann nicht springen. Genau. Hä? Wie soll ich denn das machen? Oh ja. Mann, oh. Mhm. Ah. Mein Gott. Es werden doch mehr Videos als erwartet. Ich guck mal kurz, wie viel Speicher ich noch hab. Oh ja. 64 GB. Da passt noch was drauf. Oh. Wenn nicht, dann muss ich die 500 GB externe Festplatte nehmen. Na ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich hab's noch geschafft. Wie geil, ist der Scheiß? Pepe, du ist grad irgendwie ne coole Sau geworden. So. Aber das war nicht cool, Pepe. So. Hä?